Guten Tag, hier nun ein 2010 Ford Mustang Shelby GT500 mit 540 PS, V8 in Kona Blau, Leder Schwarz, Silberstreifen innen und außen, starke Felgen, sehr stimmig. Wuchtige Frontpartie, wie erwähnt Cabrio, relativ selten, geringe Laufleistung, 1345 Meilen, hat das Elektronikspaket mit dem Navi, 2-Zonen-Klimaautomatik, das große Shaker Soundsystem, das SVT Performance Paket, hier die illuminierten Dorsals, stimmiges Innenleben, wie man sieht, hören wir uns mal den Sound an, rummige V8, Microsoft Sync, natürlich nicht mehr für Benzin, Fahrser wird ja bald verschifft, gehen wir noch kurz zum Motor, immer ein schöner Blick, auch hier, sehr sauber, wir wünschen allzeit gute Fahrt und viel Spaß in der Schweiz für dieses Fahrzeug. und verrund